Ich bin wieder frei und ich habe Getränkenachschub behalten. Das sind die zwei guten Nachrichten, die ich in diesem Vlog mitteilen kann. Denn die Blockaden haben aufgehört und ich habe Getränkenachschub behalten. Aber mehr dazu in diesem Video, wo ich auch erklären werde, was ich nochmal kurz, wie es passiert ist, wieso ich sechs Wochen lang zu Hause eingesperrt war und was meine Erwartung ist, wie sich das hier für das Land weiterentwickeln wird. So, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Vlog. Letzte Woche hat das oberste Gericht erwartungsgemäß entschieden, dass der Vertrag mit der Minengesellschaft verfassungswidrig ist und nachdem das öffentlich gemacht wurde in den Gesetzestexten oder so, also nachdem es schön formal veröffentlicht wurde, haben die Blockaden endlich geendet. Sechs Wochen lang haben sie gedauert. Sechs Wochen lang war ich praktisch nicht außer Haus, weil ich Konfrontation vermieden habe, denn die Sache war die, es ging um eine Mine in Mittelamerika, die größte Kupfermine Mittelamerikas. Vier bis fünf Prozent des BIPs in Panama macht diese aus und dort gab es einen Vertrag, der neu verhandelt wurde und daraufhin brachen Proteste aus. Die Proteste wurden begründet mit Umweltschutz und da spielen noch nationalistische Gefühle mit hinein, dass so Gerüchte wurden wie wild verbreitet, dass das Exterritorial sei und lauter solche Geschichten und Panama hat da eine sehr wunde Seele, wegen seiner Vergangenheit. Denn zwar haben ihnen die Amerikaner zur Unabhängigkeit verholfen, aber praktisch bis zum Jahr 2000, glaube ich. Bis vor 20 Jahren gab es einen Streifen USA durch die Mitte des Landes. Wenn man von der Hauptstadt in den Westteil des Landes fahren wollte, musste man durch ein Stück USA fahren und das hat den Panamesen sehr wehgetan. Und daher haben sie eine Verwundbarkeit und auch nationalistisches Gefühl, wenn es darum geht, dass ein ausländischer Staat ihnen auf die Zehen tritt. Und in diesem Fall gab es eben viele Gerüchte, woher die kommen, ist eine andere Geschichte. Da wird unter anderem gesagt, eine Gewerkschaft sei richtig wütend geworden, dass man sie nicht auf der Mine haben wollte. Und deswegen habe sie mit Fake News und so weiter das Ganze angezettelt. Das ist nicht so wichtig, denn wer vor Ort ist, wer in Panama wohnt, der hat bereits eine Meinung zu dieser Gewerkschaft. Und ansonsten muss man hier nicht weiter darüber reden. Interessant war nur, dass von drei Gruppierungen, die daran beteiligt sind, unter anderem die Lehrergewerkschaft und die Indio-Gruppen, die von den beiden die Anführer in einem Interview jeweils zugegeben haben, den Vertrag, gegen den sie protestieren, noch nicht einmal gelesen zu haben, obwohl er 67 Seiten nur hatte. Selbst die Lehrergewerkschaft hielt es nicht für nötig, weil 67 Seiten zu viel sei, um das zu lesen. Nun gut, also klar, Gesetz ist widrig, wurden die Straßen blockiert. Paragraph 27 und 38 der Verfassung ist da eindeutig. Ich habe ein vergangenes Video bereits darüber gemacht. Nun ist es vorbei. Was bedeutet es nun aber wirtschaftlich? Was bedeutet es für mich persönlich, für die Zukunft etc.? Wollen wir hier der Reihe nach durchgehen? Was bedeutet es wirtschaftlich? Nun, im Land werden jetzt 4 bis 5 Prozent Wirtschaftsleistung fehlen. Das war das zweitgrößte Unternehmen Panamas nach dem Kanal. Der Kanal hat erhebliche Wasserprobleme. Aktuell ist die Kapazität meines Wissens unter 25 Prozent, weil wegen Indio und möglicherweise wegen des Klimawandels es nicht genug geregnet hat. Eigentlich beginnt gerade die Trockenzeit. Das heißt, die nächsten 4 Monate wird es keinen Wassernachschub geben. Das heißt, es wird noch weniger durch den Kanal hindurchfahren können. Also ist das eine einzige Katastrophe. Und wenn sich das nicht in den kommenden Jahren erheblich bessert, dann wird Panama auch damit bereits große Probleme haben. Nun gut, bei der Mine sind 7.000 bis 9.000, ich glaube 7.000 war die letzte Zahl, direkt beschäftigt. Die sind alle bereits suspendiert worden. Die sind alle bereits arbeitsfrei gestellt worden und werden nicht mehr bezahlt. Direkt daran hängen sollen im Ganzen 40.000. Dazu hat die Mine jährlich für, ich glaube, eine dreistellige Millionenzahl im Land eingekauft. Denn natürlich importiert die nicht alles selber. Was weiß ich, wenn es Kaffeetassen sind, dann importiert die die nicht, sondern die kauft sie lokal. Genauso mit Autoreifen oder ähnliches. Treibstoff, all diese Dinge wurden natürlich lokal gekauft. Und hier wird das Geld ebenfalls fehlen. Dann weiter ist es so, nun fehlt dieses Geld. Es fehlen 370 Millionen, die der Staat jährlich für die Mine nach dem neuen Vertrag bekommen hätte. 100 und 21 Millionen fehlen in der Sozialkasse. Denn das waren die Sozialbeiträge der Arbeiter. Und im Ganzen eben, wie gesagt, 40.000, die an dem Job hängen, die wir jetzt in Lohn und Brot verlieren werden. In einem Interview hat darüber hinaus der CEO von First Quantum Minerals gesagt, dass jetzt große Umweltverschmutzung drohe, was ein bisschen absurd ist und ironisch ist, wenn gegen die Mine gekämpft wurde, wegen möglicher Umweltverschmutzung. Und jetzt droht sie, denn es ist so, dass die, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, also die haben irgendeinen Damm und in diesem, hinter dem Damm steht natürlich Wasser und das wird wohl irgendwie zum Reinigen benutzt. Und wenn der Damm nicht gepflegt wird, dann kann der brechen und dann kann es zu großem Atem sterben, nicht Atem sterben, zu großer Verschmutzung, Fauna und Flora kann da richtig groß Schaden nehmen. Es kann zu einem Fischenmassensterben geben und die Mineralien können in dem Boden so gelangen, wenn dies nicht gepflegt und nach und nach abgebaut wird. Laut der CEOs dauert das normalerweise 15 Jahre und die Kosten seien zwischen 50 und 150 Millionen jährlich. Der US-Dollar, dass die Mine nur einen Cent davon bezahlt, dass die das weiter betreibt, kann man sich natürlich erwarten, dass sie es nicht tun werden, denn die soll bis zu 10 Milliarden investiert haben und ihr wird jetzt alles genommen. Die wird nicht freiwillig Geld weiter hinterher schieben und dann ist die Frage, wird Panama dieses Geld auftreiben, während es so bereits eine hohe Verschuldung hat, während 370 Milliarden jährlich fehlen, während 40.000 weitere jetzt keine Steuern mehr bezahlen und einen anderen Job suchen müssen. Hat Panama das Geld überhaupt, um diese Wartung zu übernehmen und hat es die Kompetenz? Denn eine Mine lernt sowas, eine Minengesellschaft, aber das ist nicht zwingend im Land vorhanden. Das heißt, man müsste eventuell eine ausländische Firma dafür holen, dass, wenn nicht, droht hier großer Umweltschaden. Dann kommen wir, wir hatten gerade die Schulden. Panama ist über die Proteste, über die Blockaden, muss ich sagen, man sollte hier nicht euphemistisch bleiben, nicht euphemistische Worte nutzen. Hat Panama einen Downgrade erhalten, das heißt, ab sofort wird es seine Staatsverschuldung teurer refinanzieren müssen. Das Land hat ein erhebliches Staatsdefizit, auch das wird künftig teurer werden damit. Das heißt, die längerfristigen Folgen sind schmerzhaft auch für die allgemeine Wirtschaftsaussicht. Dann hat die Landwirtschaft über eine Milliarde Schaden genommen, laut den Aussagen, weil eben die Kornkammer Panamas in Chiriqui westlich von Santiago ist, also komplett abgesperrt war, dass die konnten, die Bauern konnten ihre Ernte nur vernichten, weil sie sie nicht zum Markt bringen konnten. Dort im Westen, weil alles abgesperrt war, ist den Leuten der Treibstoff ausgegangen, des Gas zum Kochen ausgegangen. Es mussten Kranke mit Hubschraubern evakuiert werden, weil die Medikamente ausgingen. Also die Lage war absolut furchtbar westlich von Santiago. Und all das wird natürlich Spuren hinterlassen. Die nächste Geschichte ist es, 2022 ist es bereits passiert, weil die Inflation die Treibstoffpreise nach oben getrieben hatte. Dort haben sie fünf Wochen lang die Straßen blockiert, um eine de facto die Regierung dazu zu zwingen, per Subventionen den Treibstoffpreis zu senken. Das ist ihnen gelungen. Und während ich es damals noch ausgesessen habe und irgendwie so naiv war, zu denken, mir zu denken, dass das eine einmalige Sache ist, ist klar gewesen, dass sie daraus gelernt haben. Und daher haben sie es jetzt wieder gemacht. Jetzt haben sie wieder gewonnen. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Straßenblockaden beginnen. Das ist eigentlich eine ausgemachte Sache, denn es ist klar gesetzeswidrig. Es ist nach der Verfassung verboten. Die Polizei hat allerdings die Blockierer beschützt. Und wenn Zivilisten diese Blockaden räumen wollten und die Leute haben gewonnen. Warum sollten sie also aufhören, wenn nicht eine neue Regierung mit Massenverhaftungen, Urteilen beginnt, die Gewerkschaften vielleicht verbietet, die dafür verantwortlich waren, wenn da nicht wirklich harte Bestrafung kommen sollte? Denn es war gesetzeswidrig. Das sagt die Verfassung eindeutig. Paragraf 27 und 38, wie gesagt, dementsprechend wird es spannend werden, wann die nächste Blockade beginnt. Mein Tipp wäre, sobald sie merken, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind, weil sie die Bauern zerstört haben, kommen die nächsten Blockaden, mit denen dann die Regierung gezwungen werden soll, Essen zu subventionieren, was dann mehr Staatsschulden erzeugen würde und damit eine Spirale in Gang setzt. Wir sind aber noch nicht fertig, denn der Tourismus hat natürlich ebenfalls furchtbaren Schaden genommen. Teilweise wurden Buchungen gecancelt. Jetzt ist die Hauptsaison. Wie kann man ernsthaft jemandem empfehlen, noch nach Panama zu reisen? Denn wir wissen, das war nicht die letzte Blockade. Da gibt es nichts, was dafür spricht, dass dies die letzte gewesen sei. Und wenn Sie Tourist sind und landen 70 Kilometer westlich von Santiago an einem Stranddorf, dann können Sie vielleicht 50 Kilometer zu Fuß laufen oder 80 oder 90 oder 100 Kilometer, um es überhaupt rauszuschaffen, damit Sie Ihren Flug nach Hause noch erwischen. Wer will denn ernsthaft zu etwas eingehen? Und wer mutet so jemandem etwas zu? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Reisebüro und einer Ihrer Kunden war während der Zeit in Panama und hat Sie mit Nachrichten bombardiert. Schicken Sie noch einmal einen nach Panama und wenn er auf den Kanal besteht, dann fliegen Sie ihn doch am nächsten Tag nach Costa Rica aus. Also die Schaden, die die Tourismus genommen hat, hier gab es ein Interview mit dem Vorsitzenden der Tourismuslobbyvereins, der meinte, das wird bis 2025 dauern, bis sie sich wieder erholt hat. Ich finde das sehr optimistisch, denn er hat es mit Covid verglichen. Bei Covid war es der Staat, der wegen Covid Maßnahmen ergriffen hat. Hier ist klar, sobald Covid kein Thema mehr ist, wird es auch solche Maßnahmen nicht mehr geben. Da war eine gewisse Berechenbarkeit da. Jetzt gibt es keine. Denen kann morgen schon wieder was nicht passen und Sie fangen mit neuen Blockaden an. Man weiß es schlicht nicht. Das ist die nächste Sache. Wie kann ich einem ausländischen Investor das empfehlen? Wie kann ich einem Ausländer, wenn Sie irgendwie Steuern sparen wollen oder in ein warmes Land ziehen wollen? Wie kann ich Ihnen empfehlen, nach Panama zu gehen unter diesen Umständen? Guten Gewissens nicht. Ich müsste Ihnen vorher lang und breit erklären, was das Risiko dabei ist und Sie müssten sich einen Ausweg suchen. Und so kommt ein Problem nach dem anderen hinzu. Und das alles halt, wir reden hier von Dimensionen, die richtig schmerzhaft sind. Wenn wir uns vorstellen, vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts, vier, manche zahlen bis zu fünf Prozent, sechs Wochen lang die Straßen gesperrt. Leute haben keine Möglichkeit gehabt, zur Arbeit zu gehen. Firmen waren nicht in der Lage, ihre Leistungen zu erbringen. Massenhaft Firmen haben geschlossen, massenhaft Mitarbeiter wurden gekündigt. Wie viele davon werden zurückkommen können in ihrer Arbeit? Und das Beste dabei ist auch noch, der Chef der Lehrergewerkschaft hat gleichzeitig weiter Gehalt bekommen. Das hat er in dem Interview zugegeben. Danach gab es vermutlich einen Aufschraub und das Ministerium wollte den Lehrern das Gehalt streichen. Und die haben daraufhin protestiert dagegen und haben die Regierung gezwungen, doch zu zahlen. Dann hat die Regierung gesagt, okay, dann wird der Urlaub, die Ferien werden gekürzt, damit es nachgeholt wird. Denn Panama ist nun nicht für sein weltweit führendes Bildungssystem bekannt. Und außerdem sollte samstags unterrichtet werden. Und die Lehrer haben gesagt, machen wir nicht. Und haben ebenfalls sich durchgesetzt. Das heißt, sie haben sich sechs Wochen bezahlten Urlaubs erzwungen. Dabei andere Leute als Geiseln genommen, die nicht zur Arbeit gehen konnten und selber nichts verdienen konnten. Währenddessen hat sie der Staat weiterhin bezahlt. Und jetzt weigern sie sich sogar, die Leistung anschließend wieder aufzuholen, zu Lasten der Schüler. Eine einzige Katastrophe. Wirklich eine Sache, die katastrophal hier gelaufen ist. Und so kommt eins zu dem anderen dazu. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Wirtschaftliche gewaltige Schaden. Ich bin aber wieder frei. Dann habe ich noch eine weitere gute Nachricht. Ich habe endlich wieder ein Holy-Paket bekommen. Das ist mein Getränkepartner auf dem Hauptkanal hier. Und ich mag das Zeug wirklich. Ich trinke das den ganzen Tag. Seitdem ich es habe, kaufe ich keine Energydrinks mehr und kaufe eigentlich kaum noch oder keine Cola mehr. Und mir ging der Eistee aus. Das heißt, ich hatte kein normales Getränk mehr. Ich hatte nur noch anderthalb Packungen mit Energydrinks. Und davon trinke ich nicht mehr als ein bis zwei pro Tag. Das heißt, da ging ich wirklich auf dem Zahnfleisch und bin daher sehr froh, dass das wieder angekommen ist. Und für mich künftig bedeutet das natürlich die Aussichten, die ich gesehen habe. Ich lasse mich nicht Geisel nehmen von Leuten. Das ist nicht akzeptabel. Das ist schlicht inakzeptabel, dass sowas passiert. Und der Staat macht keinerlei Anstrengungen, dass er zeigt, dass sowas nie wieder passieren würde. Denn dazu müssten jetzt eben Urteile folgen, Verhaftungen, Verbote etc. Denn es war, wie gesagt, ganz klar gesetzeswidrig. Da das nicht kommt, ist eine Wiederholung garantiert. Als kurze Lösung, als kurzfristige Lösung schaue ich, dass ich einen Haussitter finde, der hier, und ich habe auch schon jemanden im Kopf, das ist eine Ukrainerin, die zu ihrer Familie gezogen ist, als der Krieg ausgebrochen ist. Das ist eine ältere Frau und die jüngere Familie wohnt, sind Nachbarn von mir und deren Mutter, die wird vorher alleine gewohnt haben. Die ist wahrscheinlich froh, wenn sie mal die eine oder andere Woche ein Haus für sich wieder alleine hat und nicht in das kleine Haus eingepfercht ist. Dann werde ich überlegen, ob ich die vielleicht zur Katzen- und Haussitterin bekomme. Und dann werde ich im nächsten Fall nächsten Mal einfach fliehen und das Land so schnell wie möglich verlassen. Dann sollen die hier ihre Party schmeißen, während ich nach Kolumbien gehe, wo es billig ist, wo die Flüge hin billig sind. Oder ich gehe in die USA, wo meine Schwester gerade wohnt und wo ich Freunde habe und besuche einfach die. Ich kann eventuell sogar weiterarbeiten. Wie dem auch sah, ich muss jetzt schon mittelfristig, drei bis fünf Jahre, denke ich so, will ich dann auch langsam mich auf den Weg machen, Panama zu verlassen. Denn mir hat dieses Land gezeigt, dass ich mich verspekuliert habe, damit hier zu erwarten, dass ich hier lange bleiben könnte. Ich habe leider eine verdammte Menge investiert, hier ein Haus gekauft, massiv umgebaut, renoviert und so weiter, angebaut, richtig schön alles hier gemacht. Und das werde ich nicht über Nacht verkaufen können, erst recht nicht ohne Verlust. Das heißt, es wird Jahre dauern, bis ich Käufer gefunden habe, wo ich nicht einen Riesenverlust mache. Aber dann wird es langsam weitergehen. Und wir haben in der Vergangenheit schon geredet, mein Favorit wären die USA. Künftig wird es hier wieder die normalen Vlogs geben, ein bisschen aus dem Leben. Es gibt ja noch einiges auch zu erzählen, was hier so, wie es hier so funktioniert. Und dann bleiben wir hier dran. Wenn Sie das interessiert, freue ich mich natürlich, wenn ich Sie als Abonnenten gewinne. Klicken Sie die Glocke, wenn Sie künftige Videos nicht verpassen wollen. Ich werde hier aus dem Leben als YouTuber in Panama berichten, wie eben das Intro ist. Das heißt, YouTube Hintergründe, was bedeutet es eigentlich, wie diktiert einem, was sind die Erfahrungen, die Kenntnisse, die Dinge, die man lernt, wenn man YouTube betreibt. Es ist jetzt doch kein alltäglicher Beruf für die Älteren unter uns, auch wenn es unter der Jugend schon nichts Besonderes mehr ist. Und natürlich Leben in Panama ist die andere Geschichte. Auch da wird es hier Details geben, künftig wieder, wieder mehr aus dem Alltag. Denn auch das ist ja eine völlig andere Welt als das, was man in Deutschland kennt. Dementsprechend, wenn Sie das nicht verpassen wollen, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen hoch. Das hilft sehr mit dem Algorithmus. Und schreiben Sie in die Kommentare, was Sie noch interessiert. Vielleicht an mich das ja inspirierend zu tun im weiteren Video. Denn wie gesagt, hier auf dem Kanal war eigentlich so geplant als Rhythmus einmal pro Woche. Mal schauen, wie oft ich dazu komme. Themen habe ich theoretisch genug, über die wir hier noch reden können. Von daher würde es mich freuen, Sie da künftig mit dabei zu haben. Das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.